Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Tragödie im Ärmelkanal. Fünf Migranten ertrinken, hundert gerettet. Menschen leben im Ärmelkanal verloren. Fünf Migranten ertrinken im Versuch, nach Großbritannien zu gelangen. Vor der französischen Küste sind fünf Migranten ums Leben gekommen. Die verzweifelten Menschen, die versuchten, in einem kleinen Boot den Ärmelkanal zu überqueren und die britische Küste zu erreichen, ertranken auf ihrer gefährlichen Flucht. Diese tragischen Vorfälle verdeutlichen erneut das Ausmaß des Migrationsproblems und die tödlichen Risiken, die es mit sich bringt. Das französische Innenministerium bestätigte den Verlust der fünf Leben. Wie viele Menschen genau an Bord des kleinen Bootes waren, ist noch unklar. Aber einige konnten von den Rettungsteams aus dem eiskalten Wasser gerettet werden. Quelle französisches Innenministerium. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wobei der Zustand von zwei von ihnen ernst ist. Quelle Gesundheitsamt. Jedes Jahr versuchen tausende Migranten, den gefährlichen Weg über den Ärmelkanal zu riskieren, um Großbritannien zu erreichen. Laut dem britischen Innenministerium stieg die Zahl der Versuche, die gefährliche Überfahrt zu wagen, im Jahr 2022 um fast das Dreifache an. Allein im selben Jahr retteten britische und französische Behörden insgesamt fast 16.000 Menschen aus dem Wasser. Quelle britisches Innenministerium. Die Flucht über den Ärmelkanal bleibt gefährlich. Ein komplexes Netz von aktuellen niedrigen Temperaturen und häufiger Nebel macht die Überfahrt lebensgefährlich. Nichtregierungsorganisationen warnen seit langem vor den Gefahren und fordern dringend eine sichere und legale Überfahrt für Asylsuchende. Quelle Human Rights Watch. Die wiederholten Tragödien im Ärmelkanal bekräftigen die bittere Notwendigkeit einer fairen und gerechten Migrationspolitik in Europa. Dieser tragische Vorfall verschärft die Forderung nach sicheren Fluchtrouten für Migranten, um solche tödlichen Risiken zu vermeiden. Das Ertrinken von fünf Migranten im Ärmelkanal ist eine weitere traurige Erinnerung an die Verzweiflung vieler Menschen, die ein besseres Leben suchen und dabei ihr Leben riskieren. Es ist ein Weckruf für die notwendige menschliche und gerechte Behandlung von Migranten auf ihrer schwierigen Reise in eine hoffnungsvollere Zukunft. Autorin Anita Farke. Datum Dienstag, 23. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.